So hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Fortnite und ich sehe hier gibt es Rocket League Live. Schließe Aufträge auf der Rocket League Live Insel ab. Das ist also irgendwas über den Creative Mode. Können wir gleich mal reinschauen? Ich würde nur vorher kurz die täglichen Aufträge durchgehen wollen, dass wir da die EP mitnehmen. Tresore durchsuchen, oh die muss man zwar finden, weiß ich nicht. Sturmgewehr, okay, sollte machbar sein. Okay, ups, die zwei kriegen wir auf jeden Fall. Erst da muss ich Glück haben und Tresore finden. Okay, wir gehen erst mal rein. So, let's go. Achso, und eigentlich verfolgen wir auch gerade noch die Maskengeschichten. Sollten wir, ja doch. Ja doch, wir haben eine ganz gute Möglichkeit. Wir haben eine ganz gute Möglichkeit, da drüben zu landen, in Ruizy Grove. Da können wir nochmal nach Maske gucken. Da können wir nochmal nach Maske gucken, das können wir auch machen. Dann verbinden wir das einfach miteinander. Obala. Hallo, jetzt raus da. So, und dann schauen wir mal, ob wir zufällig die Maske finden oder noch nicht. Wie gesagt, wenn es jetzt nicht klappt, wenn ich genug Zeit hatte und genug Möglichkeiten alles abzusuchen, dann werde ich ziemlich sicher beim nächsten Mal zur Karte greifen und mir das anzeigen lassen. Aber so probieren wir es jetzt erst nochmal, weil ich da noch nicht so richtig geguckt habe, finde ich. Also noch nicht, dass man sagen könnte, ich habe noch nie so, dass es mir persönlich reicht. Dann drücken wir es halt mal so aus. Jetzt gehen wir erstmal da hoch. Da ist, oh, ja, das ist in Ordnung. Die kleine Waffe haben wir auch schon, oh, die größere Waffe. Es ist auch ein Sturmgewehr, das ist auch sehr gut, weil das brauchen wir. Oh, das wollte ich nicht, weil das könnte jetzt wehtun, da runter zu kommen. Okay. Ah, hier habe ich. Ich wusste doch, ich habe irgendwas gehört. So. Okay, sehr schön. Noch mal ein Schilddrank. So. Wie gesagt, wir scheinen hier tatsächlich unsere Ruhe zu haben. Ich darf nicht mehr hoch. Okay, ist in Ordnung. Dann gehen wir, oh, oh, oh. So viel zu unserer Ruhe. Das sind jetzt ärgerliche Momente. So, da haben wir dann aber auch gleich Gemüse, was wir ins Wasser werfen können. Finde ich gut. So. Weil Wasser ist hier, machen wir das gleich. Eins, zwei. So. 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 Wo wird denn da so fleißig geschossen, sage ich mal. Wo, da drüben geht's ab. Guck mal kurz hier wegen Maske, aber da sehe ich nix. No moin, ja moin, ja moin. Ja, easy. Ja, hervorragend. Das ist ja absolut hervorragend. Das ging ja viel besser als erwartet. Ja, nice. Okay. So, damit muss ich jetzt Gegner töten. Das wäre eine... Eine Geschichte. Oh, warte. Wölfe zählen immer noch als Gegner, ne? Sag mal, wie viel hat der denn? Wie viel hält der denn aus? Ja, es zählt als Gegner. Es ist so gut. Es ist so gut, dass man damit die tricksen kann. Komm. Dann tun wir gar nicht lange rum. Wir suchen uns noch einen Wolf. Und dann ist auch gut. Dann kann ich nämlich mit den anderen Waffen... Dann kann ich nämlich mit den anderen Waffen... Dann kann ich nämlich mit den anderen Waffen, kann ich dann richtig kämpfen. Okay. Ey, hau nicht ab. Ich muss dich töten. Sehr schön. Und schon können wir nämlich jetzt die anderen Waffen nutzen. Ist das nicht toll? Ja, das ist toll. Gut. Wunderbar. Ganz kurz Karte. Hier haben wir jetzt die Maske. Hier drüben wird sie noch fehlen. Da können wir nochmal versuchen, die letzte Maske zu finden. Ich glaube, dann haben wir da auch alles. So, dann hole ich mir jetzt ein Auto. In Greasy Grove. Und dann geht's weiter. Es ging sehr gut mit der Maske. Da bin ich... Oh, das freut mich. Da ist noch eine Kiste. Die gehen wir auch noch gleich mit. So. Okay. Ah, hier ist gar kein Auto mehr. Ah, Scheibenhonig. Oh. So muss das. Okay, Problem. Die Zone kommt schon. Ich hab nix. Ich hab nix. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Da drüben steht ein Auto. Oh mein Gott. Ich weiß nicht warum. Aber da steht ein Auto. Wer auch immer das da hingestellt hat, vielen Dank. Das hätte jetzt ordentlich ins Auge gehen können. Trotzdem muss ich erstmal hier rauskommen. Lol. Hier ist noch Party. Okay. Nice. Okay. Aber wir haben ja sogar ein exaktes Ziel vor uns. Deswegen fahr ich jetzt auch noch ein bisschen weiter. Und bleib mich einfach nur hier an Ort und Stelle stehen. Und es scheint sowieso auch so zu sein, dass sich unser... Ja, dass sich unser... Unser nächster Punkt hier auch in der Ecke dann... ...aufhalten wird. Das ist sehr gut. So, dann haben wir jetzt gut eine Minute Zeit, hier noch mal eine Maske zu suchen. Ich bin gespannt, ob wir was finden. Wie gesagt, es muss ja nicht gut versteckt sein. So. Sie kann gut versteckt sein, weil es halt auch hier die dritte ist, die noch fehlt. Alle anderen haben wir ja, glaube ich. Was nehme ich... Wir machen es mal so. Alle anderen haben wir ja, glaube ich. Oha. Hier war Party mal wieder. Okay, jetzt geht's schon los. Jetzt geht's schon weiter. Ja, viel habe ich zur Maske noch nicht rausgefunden. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Ja, da kommt sie auch schon. Und gleich noch jemand hinterher. Ja, komm her. Scheiße. Ah, Mann. Oh, lila, 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 lila. Lila ist besser als Gonyx. Auto. Das brauchen wir. Genau, das brauchen wir. So, raus da. Bereite zu spät durch nachts den Wind. Das war nicht so ganz jetzt so cool. Aber ist okay. Okay. Ich dachte eigentlich, der gart vielleicht den anderen jetzt an, aber das hat er scheinbar nicht getan. Was I hell? Oha, den hat jemand anders erledigt Wo denn? Ne, schlecht Die ist nicht so weit Die reicht nicht so weit So rum machen wir das Ja, plötzlich kann ich auch schießen, wa? Scheiße Ah, riskante Scheiße, die ich hier tue Schade Ah, war doof War doof Aber ist in Ordnung Ist okay Ist okay, alles gut So Zwei tägliche Aufträge haben wir gemacht Wie ich es gesagt habe Die anderen zwei müssen jetzt noch gucken, was noch kommt Wir gehen nochmal rein Und wir suchen jetzt in der nächsten Runde nochmal die Maske in Kondo Canyon Das sind glaube ich die letzten, die noch fehlen Wir sehen uns gleich wieder So, da sind wir wieder Wir segeln ziemlich genau über Kondo Nein, wir segeln nicht über Kondo Canyon Aber wir werden Wir werden da nicht alleine sein Wenn ich mir die Karte so anschaue Aber wir werden hier nicht alleine sein Aber das ist das Einzige, was noch bleibt richtig Nein! Greasy Grove waren zwei Maske Okay, wir müssen nochmal nach Greasy Grove Scheiße Da fehlt noch eine Ups Ups, da fehlt noch eine Ah, das ist ja dumm Ah, das ist ja dumm Siehst du, ich dachte, ich hab die Also ich hab sie auch Aber es ist noch eine da Ach, scheiße Ja, das wusste ich nicht Also ich hätte es wissen können, aber Kann ich jetzt schon mal gucken, ob die vielleicht ein bisschen außerhalb irgendwo rumfliegt Ich mein, das hier könnt ihr auch alles dazu zählen So, na, das ist der Punkt Ich weiß halt nicht, was alles dazu zählt und was nicht Oh, das könnte wehtun Ja, scheiße Oh, Schlürfpilze sind gerade tägliche Missionen Sehr gut, das können wir ausnutzen Das können wir schon mal sehr gut ausnutzen Was ist das denn? Schrottriss Was ist denn ein Schrottriss? Noch mehr Schrottrisse Jetzt hab ich vier Was kann ich damit? Erschafft einen Riss, der ein großes Objekt vom Himmler abfallen ist und in dessen Bahn zerstört Yo, what? Okay So, tägliche Aufträge alle erfüllt Prima Ah, das klingt ja wild Das klingt ja richtig wild Aber wie komm ich jetzt da wieder hoch? Ich wollte eh drücken Das war jetzt gar nicht klug Scheiße Muss ich erstmal was zum Heilen finden Wir probieren mal so einen Schrottriss aus What the heck? Okay Alles klar Jetzt haben wir gesehen, wie der funktioniert Wild So, jetzt brauche ich erstmal hier Energie Sehr gut Ja, nein Der ist da Nein Der ist da Danke Ach, ich bin Okay, das ist sogar voll genug Ja gut, dann kann ich viel mehr jetzt nicht machen an der Stelle Außer erstmal wieder alles zu verschieben Oh oh Gegner Wo ist der hin? Oder jemand einen Scharfschützengewehr liegen lassen Aber die nutze ich auch viel Also die nutze ich auch nur Nur bedingt Muss ich ja gestehen Drüben wird rumgesprungen Aber ich Suche ja eigentlich meine letzte Maske Ich habe mir vorgestellt, dass da oben was ist Komme ich da hin So einfach wahrscheinlich nicht Wird da ganz aufs Dach rauf? Cool Oder komme ich von Doch, von hier komme ich da rüber Dann komme ich von hier hier hoch Okay, ist hier vielleicht noch irgendwas Maskenartiges Oder sehe ich von hier irgendwas Maskenartiges Ja Hab sie gesehen Ach scheiße Wieder auf nem Pilz Dann Geh hoch Alter, ich dachte schon Ich dachte schon, ich segel runter So, dann haben wir jetzt alles in Greasy Grove Jetzt aber wirklich Können wir nochmal ordentlich Ordentlich aufladen So Okay Und jetzt wird's auch später alles hier enger und kleiner Dann nehmen wir das Auto davon und hauen ab Oh, den nehmen wir mit Den nehmen wir mit Und den Pilz nehmen wir nochmal mit Wenn ich den schon gerade sehe Nein, ich wollte nicht da oben landen Jetzt muss ich wieder schauen, dass ich da runter komme Äh Oh, ich muss irgendwie im Wasser landen Ja Oder so Oder so schrittweise runter So geht's auch Okay, dann können wir nochmal kurz sogar Gemüse essen Und uns hochheilen Prima Und dann hauen wir ab Und nehmen die Kiste noch mit Und den Schildpilz Schlürfpilz Ist ja wurscht, wie er heißt Was liegt da noch rum? An einem normalen Revolver Ja komm, wir haben Hammersturmgewehr Und Rangersturmgewehr Machen wir mal aus einem Revolver Warum nicht? Die können auch ganz schön wehtun, die Revolver Also, die sind nicht schlecht So, und jetzt hauen wir ab Ist zum Glück nicht weit, sehe ich gerade War mir noch gar nicht bewusst Okay, aber dann können wir auch gleich weiterfahren Zu Kondo Canyon wieder Beziehungsweise gucken Wohin es uns verschlagen wird Also das hier wäre möglich Aber nur Naja, was heißt nur? Ne, hinfahren können wir trotzdem So oder so Ja, das sieht sehr gut aus Ja, das sieht sehr gut aus Das Gebiet findet Der nächste Abschnitt findet dort statt Wunderbar Dann fahren wir einfach genau den gleichen Weg Wie vorhin Oder auch nicht Weil wir vorher Unser Benzin verlieren Gut, dann fahren wir nicht den gleichen Weg Wie vorhin Aber wir sind ja weit genug gekommen Die Frage ist jetzt nur Ist hier was? Oder Ne, nichts brauchbares Aber ich kann hier hoch Oh shit, da ist einer hochgekommen gerade Geht aber weiter Okay Das ist in Ordnung Da bin ich nicht böse Kann ich das auch öffnen? Ja Uh Komm her Sehr gut Ah, ich sollte weitergehen Sonst ist wieder zu viel Zu wenig Zeit in Kondo Canyon Und dann ist wieder scheiße Also Kurz nochmal gucken Wie viele Masken es sind Ist jetzt die fehlen? Eine Eine die fehlt 22 Spieler noch Die sich Stück für Stück Hier versammeln werden Also ich muss schon aufpassen Und jetzt sind wir etwa im Bereich Ja Kondo Canyon Ab jetzt aufpassen Nach Maske gucken Und sich freuen Wenn man eine findet Die letzte wohlgemerkt Also die letzte aktuell verfügbare Soro Muss ich es ausdrücken Hier hat schon jemand ein bisschen gewütet Zählt das da drüben Wenn das da drüben auch zu Kondo Canyon zählt Könnte ich mir vorstellen Dass sie da ist Weil da waren wir bisher noch relativ selten Wir probieren es mal da drüben Komme ich da rüber? Nein Scheiße Nicht von hier da hin Ja Nice Okay Aber also den Den Bereiche kenne ich noch gar nicht So Diese Westernstadt Die kenne ich noch nicht so wirklich Könnte hier eine Maske sein Oder zählt das nicht mehr zu Kondo Canyon? Doch Sie müsste eigentlich schon noch dazu zählen Hat doch keine andere Schrift bisher unten angezeigt Das sieht aber hier nicht gut aus Hier sieht es auch nicht gut aus Ah es hätte sein können Aber zumindest aktuell sehe ich keine Ich meine ich habe jetzt auch noch nicht so gut geguckt Na Was man sagen könnte Ich habe jetzt schon alles durchschaut Aber zumindest oberflächlich Ist mir jetzt hier noch keine Maske untergekommen Ah ärgerlich Jetzt ist halt die Zone schon wieder da Ja machst du nix Machst du nix Das hat noch nicht funktioniert Aber es gibt schlimmeres Aber ich denke auch Dann würde ich sie auch dieses Das nächste Mal dann mit Dings anzeigen lassen Wir haben genug geguckt Würde ich sagen Da drüben ist einer rumgesprungen Habt ihr das gesehen? Schade Ganz knapp Ganz knapp Ah ärgerlich Aber ich glaube den wird jetzt Ja Du musst Du musst dein Dings aufladen Nicht dein Schild Ach nee er ist Er ist aus der Okay er ist aus der Zone raus Na ist okay Ist in Ordnung Ist in Ordnung Gut Dann Äh Machen wir jetzt noch Ja er hat es auch mal ausprobiert Okay er probiert es nochmal aus Warum verschwendest du die Dinger? Egal Egal So Dann gehen wir jetzt nochmal richtig Zu Condocanion Und suchen noch einmal richtig Und danach Lassen wir es uns anzeigen Let's go So Auf geht's Ein letztes Mal Richtung Condocanion Okay ist schon markiert Sehr gut Ist es nicht Hä Ah jetzt Ich weiß ja was ist Ich kann die Markierung auch wieder wegnehmen So wo haben wir denn jetzt noch Nicht so genau geguckt Bei Condocanion Was könnten denn so Gebiete sein Wo wir noch nicht ganz so Sinnvoll geschaut haben Ich meine es könnte so außenrum sein Theoretisch Na Das wäre nicht ganz so geil Oder bei dem Schild Aber auch da Fühl ich weniger Ah das ist die Aufladbare Na ja Kein Fan Davon bin ich Fan Ah ne Schade Ich dachte zwar was sinnvolles Wir haben noch keine vernünftige Waffe Arschstulzpäußer Oh je Oh je Oh je Oh Gott Ne Ne ich will mich da eigentlich gar nicht einmischen Jetzt Kann ich hier was pflücken Zufällig Nein schade Dann nutzen wir zumindest die Dinger Das war es dann halt auch schon wieder Oh dang Na komm dann fahren wir mal rein Ich bin halt eigentlich der Meinung dass ich mich hier schon mal genug umgeschaut hätte Ich glaube zum Beispiel kriegen wir jetzt bessere Waffen Ernsthaft Okay Oh nice Richtig So gleich mal gönnen Okay Und das sind beide Spots Das sind alle Spots Okay 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 Leute Ist Ist in Ordnung Ja Habt Spaß Okay Ich würde sagen Ich finde die Maske nicht Wir machen das jetzt über Dings Ich verfolge den Auftrag und lasse es mir anzeigen Ah Scharfschützen Weiß ich nicht Bevor nämlich das Schild Äh das Schild die Zone herkommt Könnten wir es dann noch abschließen Zumindest Alter Alter was ist denn mit den blauen Kisten los Nice Das nehmen wir jetzt natürlich mit Das nehmen wir jetzt natürlich mit Und das nehmen wir auch mit So Ja weil die Zone kommt gleich Komm wir schauen mal ob wir es finden Wenn wir so Zack Ob das mir jetzt irgendwo angezeigt wird Ja okay Ja okay Da drüben in dem Gebäude irgendwo Dann kann ich es gleich wieder ausmachen Dann weiß ich jetzt die Richtung Dann weiß ich jetzt die Richtung Oh ja moin Ja okay Hätte man finden können Hätte man finden können Aber ist in Ordnung So Dann würde ich sagen Jetzt hauen wir ab Weil wir müssen nämlich Ein bisschen woanders sein Und jetzt haben wir eigentlich auch keine Jetzt haben wir gar keine relevanten Aufträge mehr Jetzt ist wirklich nur noch die Runde abschließen Ja weil die sind halt jetzt nur noch so tausender Nicht relevant Und da haben wir alles erstmal durch Kommt aber gleich nur was neues So in dem Tag Ein paar Gegenden fehlen ja noch Ist eigentlich auch EP für Sachen kaputt fahren Scheinbar nicht Okay das hat gut funktioniert So Oh da sind Fuß Da läuft jemand Oh mein Gott Ich bin so schlecht Ich finde das so genial beim Auto Es ist so witzig Das ist so witzig Leider komme ich nicht mehr an seine Sachen ran Aber es macht nichts Oh hier gab es auch scheinbar Tote Aus irgendeinem Grund Obala So wo geht es dann weiter Ah ok Durch den Schrein Die haben sich auch lieb Die haben sich auch lieb Na gut Gehen wir nochmal weiter Hier könnte ich jetzt natürlich auch wieder 3 Millionen Kisten erst abgucken Aber Ich laufe lieber erstmal weiter in die nächste Zone Ich laufe lieber erstmal weiter in die nächste Zone Haben wir dann jetzt mittlerweile eigentlich hier oben auch schon alles Selbst die Ja krass Die sind auch weg Ok Und wie lange ist das jetzt noch bis die gute Vibes weitergehen Eine Woche Oh shit Was ist euer Problem Falsche Richtung Freunde Aber wenn ihr da hin wollt Bitte Ich halte euch nicht auf Oh aber die nehme ich mir mit Ok Gut ja dann können wir jetzt höchstens halt was ja am sinnvollsten ist Nein Ich hasse es So Das hat mehr weh getan als es sollte Leider Aber wir können uns zum Glück komplett wieder hochheilen Genau dafür habe ich den mitgenommen Prima So Meine Aussage wäre eigentlich gewesen Wir gucken jetzt halt dass wir so verschiedene Sachen öffnen Weil es gibt ja auch schöne XP Kann man immer gut gebrauchen Hier einmal Zack Zack Wenn man was findet zum öffnen wohlgemerkt Sonst natürlich nicht So wo geht es denn eigentlich weiter Ah perfekt Nicht weit von hier Alles gut Dada 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 Dam Du 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 Oh dmr Aber wir haben bessere Dinge Oh Schildsparkler Du kommst mit Oh dmr Da 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 Ah Sehr schön Okay, gehen wir mal wieder raus, bevor die Zone kommt Wo ist der Typ auf seinem Tier? Ich komm da leider jetzt nicht hoch Oder? Schade Wir könnten ihn trotzdem gleich treffen Ganz vorsichtig Wie komm ich jetzt da hoch? Also nicht Hier gehts hoch Nein, ernst Oha Der hat nicht schlecht gesessen Der kam aber von irgendwo anders Das war nicht der Typ auf dem Fahrzeug Das kam von irgendwo anders Okay Ja, von da drüben Not bad Not bad Okay So, was haben wir erreicht in der Runde? Ein Level Up und die restlichen Masken, die wir bisher noch nicht hatten Sehr schön Damit Hier auch erstmal jetzt für heute alles erledigt Dann gucke ich mir Okay Wir schauen jetzt mal ganz schnell auf diese Insel Ob das irgendwas Spannendes, Wichtiges, Interessantes ist Weil dafür muss ich 8, 2, 0, 5, 6, 9, 9, 4 Okay Dafür muss ich wahrscheinlich in den Wobei kann ich das nicht direkt Das kann man doch bestimmt direkt auswählen Wenn das, wenn das Ja, hier Rocket League Live Was ist das? A brand new way to watch the Rocket League Championship Series inside of Fortnite Okay Das gucken wir uns beim nächsten Mal an Danke fürs Zuschauen Und tschüss Bis zum nächsten Mal an Bis zum nächsten Mal an Tschüss Bis zum nächsten Mal an Bis zum nächsten Mal an Untertitelung des ZDF, 2020